Was habt ihr denn heute am Schwimmontag gemacht? Also wir haben uns zunächst getroffen und dann haben wir unser Floß, oder wir haben ein ganz großes Floß gehabt, ein paar Schlauchboote, haben das an die Donau gebracht und uns dann mit anderen Leuten getroffen, haben unser Auto hier in die Friedrichsau geparkt, damit wir dann jetzt, nachdem wir in die Donau runtergefahren sind mit unseren Flößen, hier grillen können. Wir waren auf dem Boot unterwegs und es war das erste Mal, dass ich hier war und es war sehr schön. War total toll! War super, ja, das Wetter hat gepasst. War die letzten Jahre auch schon dabei, mit Freunden, Bekannten, verschiedenen. Ursprünglich habe ich in Ulm studiert und seitdem bin ich eigentlich fast immer dabei gewesen jetzt die letzten Jahre. Bei der Schwörräte waren wir noch nicht, wir waren dann beim Nahbaden und haben dort ein bisschen Picknick gemacht und gewartet, bis die Boote gekommen sind. Nette Leute, viele Lustige, nicht alle, aber viele Lustige, aber auch viel Alkohol bei Jugendlichen. Leider. Leider gut das. Das ist echt schade. Ich habe den schönen Wasserumzug angeschaut, der war sehr schön und dann bin ich die Kinder noch in die Auen untergegangen. Und haben Sie jetzt noch was vor? Jetzt müssen wir heim, weil die Kinder morgen wieder Schule haben. Und getränke. Ich freue mich auf eine schöne rote Wurst mit einem halben Bier und zum einen gemütlichen Sitzen, so wie es in Ulm eigentlich dazu geht. Gemütlich zusammensitzen. Jetzt gehen wir mit dem Hund noch spazieren und suchen irgendwo was essen, ohne anzustellen. Jetzt machen wir noch einen fröhlichen Hauskragen. Wir gehen noch in die Stadt. Wohin? Auf dem Münsterplatz wahrscheinlich. Einfach mal gucken und dann mal weiter. Wir haben noch Zeit. Nein. Wir lassen uns treiben. Was hat dir denn am besten gefallen heute? Dass die mich mit Wasser gespritzt haben.